ein frohes neues jahr meine lieben ich bin es wieder eure kartenlegerin simone hallo ihr süßen ich freue mich ganz doll dass ihr wieder alle eingeschaltet habt und ja ich wünsche euch für dieses jahr nur das aller aller schönste beste liebe 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 und dass es euch allen gut geht dass ihr wohl auf seid und eure liebsten natürlich auch und dass ihr alle glücklich seid oder werdet ja meine lieben ich hoffe ihr seid gut reingekommen jetzt klebt mir das konfetti überall hier ist auch nicht schlecht ja ich wie gesagt ich hoffe ihr seid alle gut reingekommen in das neue jahr es war ja wirklich turbulent es hat ja turbulent aufgehört und auch finde ich turbulent also energetisch turbulent begonnen also teilweise waren die energien dann erstmal schon beruhigt auch aber dann doch sehr spannungsvoll also das ist ein bisschen kontrovers ne also ein bisschen es kann beides sein aber es war wirklich beides es war ein also einerseits hatte es sich beruhigt aber auf der anderen seite brodelte es immer noch ja ihr wisst bestimmt was ich meine oder vielleicht hast du das auch so empfunden es war wirklich bei vielen auch zu spüren und gerade so der 31ste war wirklich da hatte sich vieles entladen und etwas es war wie so eine art nullpunkt erreicht wie so eine art leerlauf ja also wirklich als wenn sich die energien sammeln 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 bündeln und auf ein ziel fokussieren also so kann man sich das ungefähr vorstellen das war wirklich extrem ich muss gerade mal kurz in der kamera gucken ob da alles tippitoppi ist sieht ganz okay aus was sagt ihr denn schön zu meiner hier zu meiner silvester deko noch als beziehungsweise neujahr und genau und ihr habt bestimmt schon jetzt die wunderbare goldene klangschale gesehen und das ist heute mein geschenk an euch natürlich das video auch aber vor allem auch jetzt die goldene klangschale denn das ist etwas ganz besonderes die haben wir schon öfter mal gehabt aber sie kommt immer nur dann wenn es wirklich um ganz kraftvolle besondere göttliche energien geht ne also und es geht jetzt vor allem um wunschenergie und das letzte mal hatten wir schon die wunderschöne rose habe ich gar nicht angemacht mache ich mal kurz an die wunderschöne rose ähm guck mal hier die habe ich auch nicht angestellt die kerze die stelle ich jetzt auch nochmal an das ist nämlich so niedlich hier habe ich ganz verjessen es tut mir leid ne ein bisschen eine schneelandschaft und diese wundervolle ähm rose ist ja die wunschrose und die klangschale ist aber nun noch um ein vielfaches potenzierter an energie und die wurde jetzt aufgeladen mit energien über den jahreswechsel und da werde ich das ist mein geschenk heute an euch von mir für euch ein herzchen und genau einfach damit ihr gut in dieses jahr startet mit zauberhaften energien mit magischen energien mit göttlichen energien mit schutz und einfach der reinsten schöpfer kraft ja ihr dürft niemals vergessen ihr müsst euch immer darüber bewusst sein dass ihr der schöpfer eures lebens seid du bist der schöpfer deiner gedanken deines tages deiner wochen monate jahre deiner zukunft deiner gegenwart auch deiner vergangenheit und wenn du das weißt und im moment erwachst und dir gewahr wirst bewusst bist deiner selbst und den energien um dich herum dann kannst du alles leiten führen und so leben wie du es dir wünschst und dafür werde ich heute die klangschale für euch also wenn ihr das annehmen möchtet das geschenkt das muss natürlich niemand wenn er das er oder sie das nicht möchte und genau ich möchte aber das euch als geschenk machen das ist eine wundervolle kraft eben die schöpfungs energie die die goldenen energie die sonnen energie die geballte wunsch und erfolgsenergie glücksenergie und natürlich auch schutz und herzöffnung da ist alles vereint ja und das möchte ich euch jetzt zum beginn des jahres mitgeben und ja fließen lassen jetzt habe ich das auch nicht angestellt also meine lieben heute war ich wohl sehr ja ich war ein bisschen kurz vor knapp heute aber macht ja nichts genau es geht ja auch so ich würde sagen wir trinken jetzt auch erstmal einen schluck kaffee ich habe hier meine riesen meinen riesen pot kaffee und sage prost meine lieben auf euch und ich habe euch sehr lieb und ich danke euch dass ihr auch dieses jahr wieder mit mir seid und dass wir miteinander sind und ich mit euch sein darf und ja ich sage prost meine lieben ich schlürfe versuche nicht zu schlürfen naja meine lieben kurz zum ablauf ich habe das letzte mal gesagt ich wollte euch die portaltage durchgeben und dann habe ich es für januar doch vergessen das mache ich natürlich jetzt ähm heute noch wenn ich es nicht wieder vergesse aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus so also erstmal war ja ähm kommt jetzt der titel des videos beziehungsweise ich channel das ja immer vorher ne ich bitte immer die geistige welt um botschaften vorher was so passiert und damit ich euch da schon mal einen kleinen vorgeschmack geben kann ähm dann gibt es ein paar infos über das kommende neumondritual ähm dann die portaltage und dann spielen wir natürlich ähm lege ich euch die karten für dich und dein gegenüber dabei ist es auch völlig egal ob mann, frau, divers alle sind hier willkommen denn es geht um Liebe und nicht um Geschlechter ich rede trotzdem meistens ich versuche es neutral zu halten aber meistens rede ich aus der Sicht einer Dame die einen Herren liebt aber auch Mann, Mann, Frau, Frau Mann, Frau alles und divers alles ist hier herzlich willkommen ähm genau dann legen wir die Karten und ich werde heute auch noch also genau ich werde ja auch die äh Klangschale spielen beziehungsweise ihr dürft euch dann was wünschen und ich werde diese Energien in euch fließen lassen um euch herum fließen lassen ähm auch um den heiligen Raum zu schützen aber vor allem auch um euch eben diesen einen bestimmten Wunsch zu erfüllen und ähm ich werde nochmal als Ausblick habe ich mir gedacht für diesen Monat oder für dieses Jahr also nochmal nochmal persönliche Karten für dich zu ziehen als Gimmick heute ähm zu dieser Neujahrslegung und ach ja genau ich wollte euch auch mal fragen meine Lieben was meint ihr denn ähm ob ich auch mal wieder so eine Monatsanalyse machen soll ich habe das früher öfter gemacht habe ich ein ganzes Monatsblatt gelegt das ist natürlich zum Beginn des Monats dann ähm wie das für euch wäre wie das äh bei euch ankommt wie ihr das findet ne das das wollte ich euch mal fragen äh und genau oder ob ihr irgendwelche Wünsche habt ähm bezüglich der der Legungen was ich mal legen sollte es ist natürlich die meisten ähm wünschen sich Liebeslegungen und das ist dann eben das Neunerblatt und die Chakren beziehungsweise hier die eine Liebeslegung das ist immer das was auch am besten funktioniert weil ich dann ja auch gucke wie sieht es denn bei euch aus und bei deinem Gegenüber und so weiter ähm aber vielleicht wollt ihr auch gerne mal was anderes keine Ahnung ähm was hatten wir noch äh das Kältsche Kreuz oder eine Monatslegung oder eine ja irgendwie bestimmte Botschaften kann ich auch legen was weiß ich die Ängste oder die ähm die Highlights eines Monats oder wie auch immer ne also solche Sachen oder eine Single Legung das kann ich kann ich natürlich auch machen obwohl natürlich die ähm allgemeine Legung hier dann für dein Gegenüber da bist du ja auch immer dabei und ähm da kommt ja auch immer viel Persönliches dann auf den Tisch sozusagen an Botschaften und Infos ähm genau ähm aber die meisten haben ja eben ein Gegenüber und einen Wunschpartner Wunschpartnerin und da macht es mehr Sinn dann da zu schauen ne naja aber genau schreibt mir doch mal eure Ideen rein also ich kann einfach mal schauen ob ich das umsetzen kann das wäre super ähm dann ziehe ich eine Karte von Heike Bender das wird dann eine Botschaft sein die ich mit einem Klangspiel untermale und meine Lieben ihr dürft schon mal schauen und hören hört mal es ist nämlich eine anderes heute zum Beginn des Jahres wollte das Rote also habe ich gar nicht gezeigt jetzt das Rote Klangspiel kommen das haben wir schon die ganze Zeit nicht mehr gehabt wir hatten immer das Grüne für die Herzöffnung aber jetzt kommt das Rote und das steht für ähm das Wurzelchakra unter anderem ne für die Erdung für die Stabilität und auch die Ausrichtung auf einen neuen Weg und das passt sensationell dann eben auch zu dem Neumond und jetzt ganz am Ende spiele ich Hang Drum könnt ihr sie eigentlich sehen von hier ja hinter dem Kelch hinter dem Heiligen Graal wollte ich schon sagen da ist es ja auch genau es steht die Hang Drum da werde ich dann am Ende für euch spielen und die Energien des Mondes des Neubeginns jetzt und des äh ja neuen Jahres einfach nochmal für euch fließen lassen in euch verankern wenn ihr das möchtet und euer Herz Chakra öffnen und eure Energien schützen ja haben wir viel vor heute ne mal sehen wie es läuft und ich würde sagen ich beginne jetzt erstmal mit den Portaltagen weil wie gesagt das habe ich letztes Mal vergessen und es war nämlich gestern jetzt schon einer ne am Freitag den 5. war ein Portaltag dann kommt Moment ich habe es aufgeschrieben muss ich mal ablesen ähm nächsten Samstag also in einer Woche direkt ist der nächste Portaltag dann also der 13. Januar dann der Dienstag der 16. Januar Sonntag ich konnte es gerade gar nicht lesen Sonntag der 21. Januar und Mittwoch der 24. Januar das sind einige Portaltage in diesem Monat 6 Stück ne 5 Stück insgesamt einer war wie gesagt gestern und es geht darum ähm dich weiter zu zentrieren und es ist ja auch am 11. ähm Januar also Donnerstag den 11. Januar Neumond ja im Steinbock und da geht es auch darum ähm die Energien weiter zu stabilisieren zu fokussieren zu strukturieren weil der Herrscherplanet des Steinbocks ist ja der Saturn und der steht eben wirklich für Ausgleich für absolute Gerechtigkeit für Entscheidungen ähm auch mal aus sich herauszukommen und mal fünfe gerade sein zu lassen was dem Steinbock manchmal schwerfällt oder schwerfallen kann ne ich will das immer nicht über einen Kamm scheren ähm aber das es geht darum auch mal seine Strukturen zu durchbrechen die eigenen Grenzen zu überschreiten durch zu durchschreiten oder wie auch immer also zu öffnen seine Grenzen zu öffnen den Horizont zu erweitern manchmal umzudenken und das ist wirklich ein starkes Thema jetzt des Neumondes äh am 11. dauert auch gar nicht mehr so lange ne und äh da könnt ihr euch eintragen hier unter dem Video ähm wenn ihr dabei sein möchtet tragt alle ein alle eure Liebsten äh die ganze Welt die Tierwelt die Pflanzenwelt eben das gesamte Universum die gesamte Erde äh die Ahnenlinie die göttliche geistige Welt die Pflanzenwelt tragt alles ein was was ihr denkt was wichtig ist weil je mehr mitmachen und je mehr gute Wünsche und gute Energien rausgehen umso mehr Liebe fließt auch umso mehr liebevolle Energien die ne das potenziert sich alles und genau das ist ganz ganz wichtig ähm ja um einfach die Liebe in die Welt zu tragen sich selbst auch über vieles klar zu werden und das weitergeben zu können ja das ist ganz ganz wichtig ich brauche gerade noch mal ein Schlückchen heißen Kaffee mhm wie ging es euch denn überhaupt jetzt im Jahre äh zum Jahreswechsel ähm ähm also ich frage deshalb weil es fällt mir nämlich gerade ein ich habe ähm stark Migräne gehabt teilweise also auch bis heute noch teilweise ähm und das sind so häufig so Anzeichen also ähm ich kenne meinen Körper und deswegen kann ich das so von mir so beurteilen ja wie das bei mir ist das muss bei euch natürlich nicht so sein ich bin keine Ärztin und über Gesundheit darf ich natürlich auch nicht sprechen ich spreche nur von mir ich spreche nur von mir wie es bei mir ist ähm aber ich spüre das da energetisch so viel da ist so viel Aufruhr in Aufruhr wie gesagt und so viel strukturiert sich neu um und äh wir sind dafür noch nicht so ausgerichtet und da muss viel Ruhe her viel Ausgleich viel Entspannung und auch mal ähm diese Themen der Spiritualität einfach auch mal ruhen lassen manchmal ist auch zu viel also man muss nicht immer jeden Tag hier bam 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 äh an sich arbeiten und ähm an der Spiritualität sich also jede Sekunde alles irgendwie äh prüfen und auch für bare Münze nehmen das ist auch ganz ganz wichtig man es ist nicht alles immer spirituell also wenn irgendwas passiert heißt es nicht immer nur also wir spiegeln uns natürlich im Außen und das Außen sich in uns und so weiter aber es ist nicht alles immer gleichbedeutend also an an Gewicht ja das ist ganz wichtig weil da kann man nämlich wirklich sonst auch ein bisschen ähm naja ich will jetzt nicht sagen durchdrehen aber das kann einen schon ein bisschen Kirre machen ne da muss man ein bisschen aufpassen passe da bitte auch gut auf dich auf ja manchmal wieder erden und deswegen ist wahrscheinlich heute auch ähm das rote ähm Klangspiel ähm gekommen zu uns und auch der Steinbock der der ist ja das ist ja Erde Element Erde der erdet uns auch wieder ein bisschen und führt uns wieder äh vor Augen was ähm wichtig ist und stabilisiert uns aber gleichzeitig auch er strukturiert uns um aber er stabilisiert uns gleichzeitig auch das ist wie wie er auch ein bisschen kontrovers also ein bisschen paradox aber auch nicht unmöglich ne es passt trotzdem zusammen denn wir gehen ja aus der Dualität raus in die Einheit in die Polarität und das bedeutet es ist alles gleichzeitig da äh auch vereint ne und das genau das wird zueinander gerückt was auseinander gerückt war wird ineinander miteinander verbunden so und jetzt blende ich euch da kurz mal meine Kontaktdaten ein und ein paar Infos ähm um für äh beim Ritual mitzumachen tragt euch aber auch gerne unter dem Video ein mit allen euren Liebsten ähm und wenn ich dich beraten darf jetzt mit einer Neujahrslegung ne wir können da die einzelnen Monate direkt auch ablegen und schauen was da für Highlights oder Warnungen auch ähm zum Teil sind ähm und wenn ich energetisch für dich arbeiten darf mit einer Partnerrückführung Partnerzusammenführung Liebes ähm Legung auch natürlich jetzt mit der Kartenlegung oder Partnerschaftsanalyse auch sehr sehr begehrt und äh wirklich gut und wichtig ähm oder auch mit einer intensiven Reinigung führt dein Gegenüber und dich ähm dann melde dich gerne bei mir ich blende es da ein und ja genau Momentchen und ich arbeite natürlich auch nur wenn ihr eine Verbindung in Liebe miteinander habt meine Lieben das ist klar ne das müsst ihr wissen da braucht ihr auch keine Angst haben das ist alles im Einklang mit dem Universum mit der göttlichen geistigen Welt abgesprochen und wenn die das okay nicht geben oder auch die Seele ja ich hole mir immer das Einverständnis einer jeden Seele ein wenn das okay nicht kommt dann arbeite ich auch nicht ne dann geht das auch nicht und ähm es ist göttliche Schöpfungsenergie die da fließt und ja meldet euch gerne bei mir wenn ich etwas für euch tun darf und auch wenn du einsam bist meine Liebe mein Lieber wenn ihr einsam seid es gibt so viele einsame Herzen da draußen so viele einsame Wesen Menschen die niemanden haben weder Freunde noch Kollegen noch Familie oder selbst wenn ihr Freunde Familie und Kollegen habt seid ihr aber trotzdem einsam oder dein Gegenüber da dass es mit dem schwierig wird oder mit ihr ist schwierig ist und ähm du niemanden hast mit dem du sprechen kannst oder das Gefühl hast es versteht dich sowieso keiner und alle denken du spinnst vielleicht kann ja möglich sein ne es tut mir leid das so zu sagen aber manche denken das ja wirklich nur weil sie deine Gefühle oder Gedanken nicht nachvollziehen können und dann führt das leider manchmal ein bisschen in die Einsamkeit und das ist schwierig und das muss nicht sein und das darf auch eigentlich nicht sein es ist okay wenn man sich mal zurückzieht um Kräfte zu sammeln um sich zu akklimatisieren um zu resümieren ne einfach um zu gucken wo stehe ich was war wo will ich hin das ist super wenn du ein starker Charakter bist kannst du das tun und das sollte jeder jede auch tun das ist wichtig sich ruhig mal zurückzunehmen und mal Innenschau zu betreiben und mal das draußen das Außen Außen sein lassen das ist super aber wenn es zu lange dauert und man dann so in Einsamkeit auch in depressive Verstimmungen verfällt ist das natürlich nicht gesund und muss auch nicht sein ja wir Lichtarbeiter wir versuchen natürlich da zu sein und ich möchte auch für dich da sein wenn du mich lässt natürlich ich öffne dir die Tore die Türen und du darfst durchschreiten wenn du möchtest melde dich gerne bei mir und ich versuche mit meinen Fähigkeiten nach Möglichkeit für dich da zu sein soweit ich das natürlich kann ja ach meine Lieben ich habe euch sehr lieb und nochmal für alle einsamen und auch nicht einsamen Herzen ein Herzchen so jetzt stelle ich euch kurz die Karten vor und dann schütze ich unseren heiligen Raum hier und auch deinen heiligen Raum zu Hause und zwar mit der Klangschale und dem Chime natürlich auch und genau dann machen wir das erstmal so und diesmal habe ich ein paar mehr Karten wieder mal sehen ob es gleich rappelt im Karton hier und dann war ich es weil dann fällt hier nämlich die Hälfte runter so und zwar haben wir heute wieder Vipa Diaz Emotion Oracle Cards von Jennifer Ackermann da ist ihre Homepage und alles weitere ist auch auf Instagram zu finden auf Facebook wahrscheinlich auch genau ich habe aber auch alles auch was ich hier verwendet habe alles unten im ähm na in der Beschreibung aufgeschrieben ne so dann die Lenormo Karten Human Dreams von der zauberhaften Maria Bergmann das ist ihre Homepage und so weiter ist auch auf Etsy zu finden falls ihr die wundervollen Karten kaufen möchtet dann Seelenimpulskarten Seelenimpulskarten Dualseelenliebe Healing Weckruf deiner Seele von Sandra Fehrenberg es geht schon wieder los ich habe einen Knoten in der Zunge der sich natürlich schnell wieder lösen muss genau die nehmen wir und von der wundervollen Linda Giese das Tarot der Neuen Zeit im Akasha Verlag erschienen da ist die Homepage von Akasha und natürlich von der zauberhaften Linda Giese und last but not least von der zauberhaften Heike Bender die Göttinnen Lichtbotschaften ja und da werden wir nachher dann eben die die Karte ziehen und ich werde die Botschaft vorlesen mit dem wundervollen Klangspiel als zauberhafte Untermalung so meine Lieben dann würde ich sagen geht's los ich trinke nochmal ein Schlückchen Kaffee wir stimmen uns ein auf den Schutz unseres Heiligen Raumes hier damit die Karten und die Energien gut fließen ach genau ganz kurz wollte ich noch den Titel sagen von dieser na das mache ich gleich wir schützen erstmal den Heiligen Raum so und dann werde ich hier eine die Klangschale spielen erklingen lassen sie ist schon gut mit dabei und diese Energien fließen lassen und wenn du magst wünsch dir etwas ja das ist mein Geschenk an dich zum Beginn dieses Jahres und das wird ein erfolgreiches Jahr meine Lieben ja so entspannt euch atmet die Energien ein atmet sie tief ein Liebe ein und Kummer wieder aus so oft ihr mögt ja okay los geht's das ist das ist das ist Vielen Dank. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Mögen die Energien in diesem Jahr gut für dich fließen und Wohlstand bringen. Im Namen Gottes, der göttlichen, geistigen Welt, so sei es. Amen. Meine Lieben. Ich höre die Klangschale immer noch, obwohl sie gar nicht mehr klingt. Die Energien sind wirklich stark gewesen. Ich stelle sie mal kurz zur Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das gespürt habt. Da ist ganz viel an Kraft geflossen. Wirklich ganz viel magische Energien. Und ich habe aber auch gemerkt bei einigen von euch, es gab einige, die haben ganz genau gewusst, was sie sich wünschen. Und bei manchen war es so, dass dieser Wunsch nochmal überdacht werden darf. Bei manchen habe ich gespürt, dass ein Wunsch da ist, das aber nicht das Beste ist, was dir oder was euch passieren könnte. Versteht ihr, wie ich das meine? Bei manchen muss der Wunsch sozusagen nochmal überdacht werden. Vielleicht muss er genauer sein oder anders formuliert werden. Weil man, du musst lernen oder ihr müsst lernen, euch wirklich auszurichten auf eure Zukunft, auf euren Wunsch, auf das, was du in deinem Leben haben möchtest. Und das ist manchmal nicht so einfach. Da kann ich euch auch helfen, also energetisch unterstützen und da diese Strukturen in deinem Energiekörper genau so fließen lassen, wie es sein darf, sein soll, sein muss. Und wie gesagt, bei manchen habe ich gemerkt, da sind ganz viele Wünsche da. Aber bei einigen Wünschen darf nochmal genau geschaut werden, ob das wirklich so dienlich ist für dich. Ja, verstehst du, wie ich das meine? Das ist ganz spannend. Das war gerade wirklich sehr spannend, weil plötzlich hörte das einmal nämlich auf. Also bei dem ersten war es total stark und die Herzöffnung, die Energien, der Erfolg war wirklich zu spüren. Ich habe es richtig gesehen, so ungefähr. Und dann am Ende war aber noch so ein bisschen so, na, bei manchen darf wirklich nochmal ein bisschen feinjustiert werden. Und das ist wirklich, das passt so gut jetzt zu dem Neumond, der kommt. Denn da wird nochmal wirklich genau geschaut, wo ist hier was, im Energiekörper meine ich jetzt, ne? Wo ist hier was noch nicht stimmig, wo ist noch was nicht im Einklang, wo braucht es noch mehr Gleichgewicht oder auch ein bisschen mehr Öffnung im Herzbereich oder auch im Kronenchakra, ja? Im Verständnis für Dinge, also wie jetzt zum Beispiel die fünfte Dimension, ja? Wo braucht es vielleicht auch mehr Selbstbewusstsein? Und genau, ja, das habe ich sehr deutlich wahrgenommen. Und das wird auch dann geschehen oder beziehungsweise ist dann mit den Neumondenergien auch gemeint. Und das wird da nochmal an Energie fließen, ja? So, jetzt brauche ich nochmal ein kleines Schlückchen Kaffee. Ich blende euch da nochmal meine Kontaktdaten und meine Infos ein. Falls ihr euch jetzt schon angesprochen fühlt mit den Wunschenergien, da scheint ein starker Bedarf zu sein. Und, ja, meldet euch da gerne bei mir. Und ich schaue mal, ne, was da sein kann oder sein darf in eurem Energiesystem. So, geschlürft habe ich. Super. Ja, genau. Und jetzt würde ich sagen, legen wir die Karten. Nee, jetzt, genau, jetzt bin ich wieder da, genau. Und zwar der Titel, das wollte ich doch gerade sagen, das habe ich doch noch vergessen. Der Titel des Orakels, ja? Also die Ankündigung ist natürlich ein bisschen auch über das jetzt, was gibt es Neues im neuen Jahr? Ja? Und was bringt es? Und was sind für Warnungen und Highlights eventuell drin? Und das ist nicht unerheblich, ne? Also, denn es kommen Veränderungen, die aber natürlich nur zu deinem höchsten Wohle sind. Und da werden wir mal schauen, was da auch bei deinem Gegenüber so abgeht, wollte ich schon sagen, was da so passiert, ne? So. Und, na, das sieht schon gut aus. Es fühlt sich gut an. Ähm, aha, die dreht sich um, gut. So. Ähm, ich gucke mal, ob ich das gleich schon so ein bisschen so hinbekomme. Ne? Ich fummele gleich natürlich nochmal ein bisschen am Bild rum und mache das schöner für euch. Und ich will auch schauen, was es persönlich, oh, die Karten, die haben es aber jetzt, die sind aber on fire hier. Ähm, ich will natürlich auch schauen, was, ähm, bei dir so los ist, ne? Also, weil, wie ich immer sage, ihr spiegelt euch alles, du spiegelst alles in deiner Umwelt, deine Umwelt spiegelt dich. Ähm, und mal mehr, mal weniger. Es ist nicht alles immer gleich stark oder gleichzusetzen, ne? Ähm, ja, und vor allem aber alles, was du in dir selbst heilst, heilst du auch in der Welt und eben auch in deinem Schätzchen gegenüber, ne? Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen und deswegen schaue ich auch immer, wie es dir geht, weil es geht nicht nur immer um euer Gegenüber, es geht auch um euch, ne? Um dich persönlich. So, und das ist wichtig. Vergiss dich selbst nicht. Ui. Du darfst dich selbst nicht vergessen, das ist ja wohl ganz Logo, ne? Und, ähm, das ist sehr, sehr wichtig, an dir selbst zu arbeiten, weil dann verstehst du vielleicht auch dein Gegenüber besser. Und das ist eben wichtig, ne? Also, einfach, du musst wissen, dass, was in deinem Gegenüber manchmal so passiert oder was da zwischen euch passiert, das hat auch viel mit dir zu tun, ne? Ja, und da muss man auch manchmal ehrlich zu sich selbst sein und schauen, was möchte mir, oh, das sind zwei, mein Gegenüber damit sagen, ne? Oder was möchte mir die Situation gerade über mich sagen? Und da können wir schauen, was da so los ist. So, meine Lieben. Genau, achso, ja, dann ziehen wir nämlich gleich auch noch eine Botschaft. So, und jetzt nochmal eine persönliche Botschaft für dich. Die lege ich mal da rein, könnt ihr jetzt gerade, glaube ich, nicht ganz sehen. Das wird nämlich nochmal wichtig sein. Für dieses Jahr, sozusagen, eine Art Überschrift oder, ähm, auch für diesen Monat, wir schauen mal, ne? Weil du hast ja auch immer die Möglichkeit, jederzeit deine Richtung zu ändern und, ja, schauen wir mal. Deswegen schauen wir jetzt nicht ganz so weit voraus, ne? Das macht auch häufig keinen Sinn, weil, wie gesagt, du hast jeden Moment, ähm, die Kraft und die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen, etwas zu ändern. Auch mehrfach am Tag. Das ist völlig egal. Du darfst dein Leben bestimmen. So. Ähm, jetzt fummel ich ein bisschen am Bildchen rum und blende euch da dann nochmal meine Kontaktdaten ein, meine Lieben. Meldet euch bitte bei mir, wenn ich etwas für euch tun darf. So. Ja, das ist doch nicht schief genug, sozusagen, schräg genug. Jupp, dann machen wir es nochmal so. Okay. Oh, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Nein, es sieht gut aus. Supi sieht es aus. Ähm, wisst ihr noch die Karte von Heike Bender im letzten Jahr? Die letzte Karte, die wir gezogen haben, das war die Karte Junge Liebe. Die junge Liebe, die entfacht in dir, in deiner Umwelt, in deinem Umfeld. Na, genau. So, da bin ich gespannt, was wir heute ziehen. Meine Lieben, es geht los. Wir ziehen, wir decken diese erste Karte hier auf. Das ist die Mitte, also die, das, die Basis, das, ähm, ja, die Basis eurer Verbindung, beziehungsweise auch die Herzenergien. Aber worum es so geht, ne, das Hauptthema sozusagen. Okay, ich bin gespannt. Oh, ah ja, interessant. Also das sind wieder die Lilien, ne. Ihr wisst, die Lilien stehen für Leidenschaft, für Harmonie, für Schönheit auch, ja. Und aber auch für den Vater. Und das kann jetzt dein Vater sein oder auch sein Vater oder auch, also ihr Vater. Oder eben auch eure beiden Väter, ne. Das ist eine männliche Vaterenergie, die, oder eine männliche Energie, sagen wir es mal, die, ähm, ein bisschen unterkühlt sein kann. Kalt, herzig will ich fast, na, ja, könnte ich, könnte man fast sagen, aber das muss nicht immer sein, ne. Aber jedenfalls eine, eine männliche Energie, die sehr strikt ist. Und, ähm, das kann immer, also wenn das jetzt so in, als Basis so auftaucht für euch, beziehungsweise als Hauptthema, kann das sein, dass dein Gegenüber, ja, wie soll ich sagen, also mit seiner Männlichkeit ein bisschen Schwierigkeiten hat? Ähm, oder dass es negative Energien um ihn herum gibt, die ihn beeinflussen, das kann schon auch sein, weil diese Energie, das ist, das, das ist meistens etwas, was einen so blockiert, ja. Na, wir schauen mal weiter, wir gucken mal, ob man hier, wir, ob wir hier in den Chakren was finden dann, ne. So, jetzt gucken wir mal an den Kopfbereich. Oh, der Ring, na, das ist ja mal was, ja, das ist die Verbindung, eure Beziehung, die ihm durch den Kopf geht, deinem Gegenüber. Und, ähm, ja, er empfindet schon sehr viel Leidenschaft für dich, also ich will fast sagen, er hat erotische Gedanken, ähm, und ist, ja, ziemlich oft in Gedanken bei dir, sagen wir es mal so, ne. Ja, na, dann gucken wir mal weiter. Der Brief und der Anker, oh, interessant. Ähm, da kommen mir jetzt gerade mehrere Gedanken, einmal, dass er vielleicht eine Geschäftsreise macht, dein Gegenüber, aber vor allem auch, dass, oder ihr macht eine Reise gemeinsam, das kann natürlich auch sein. Oder habt ein schönes Wochenende zusammen, das muss ja nicht mehr, eine Reise muss nicht immer ganz weit weg sein, ne, das kann ja auch irgendwie in die nächste Stadt sein oder aufs Dorf oder er zu dir, du zu ihm irgendwie so, ne. Ne, das kann ja auch sein, das kann damit auch manchmal gemeint sein, so. Und, äh, ja, oder vielleicht wohnt ihr einfach auch weiter auseinander. Ähm, ähm, er ist, dein Gegenüber ist auf jeden Fall in Gedanken sehr stark bei dir und er sucht den Kontakt auch. Also er sucht erst mal geistig schon den Kontakt, ist, ihr seid vielleicht wirklich auch sehr verbunden, dass du ihn fühlen kannst und er dich fühlt. Und er möchte aber auch wirklich Kontakt mit dir aufnehmen. Also schriftlich möglicherweise, ne, so über die, über Social Media kann das schon sein. Mhm. Und er möchte auch, dass da Stabilität reinkommt. Er möchte sich, also kontinu, also er möchte, er sucht nach Kontinuität und dass da irgendwie, also da möchte jetzt, ähm, eine, eine Stabilität, eine Kontinuität reinkommen in eure Verbindung, also auch schriftlich, dass ihr euch jetzt schriftlich immer mehr miteinander austauscht. Also, dass der Kontakt beständiger wird. So, das nehme ich wahr. Oder das, äh, das, äh, sagen die Karten zumindest. Hm. Wir gucken mal weiter. Ich hab, ich warte noch auf das Aber. Ne, also, ähm. Ja, es ist nämlich so ein bisschen erkennbar. Er kämpft sich so ein bisschen nämlich frei, hab ich das Gefühl. Da ist so, ist immer noch irgendwas, also, ne, ich bin so ein bisschen verhalten gerade, weil ich so, nehme so wahr, wenn ich mir das so, wenn ich mich so reinfühle und so höre. Er wird immer noch irgendwie blockiert. Er ist schon auf dem Weg, sich eben ganz klar zu definieren, was er will mit dir und wie die Beziehung aussehen soll. Oder wie er leben will. Aber so ganz frei ist er noch nicht. Hm. Gucken wir mal weiter. Also, Herzbereich liegt, liegen die Lilien und? Und, ha, die Reise, das Schiff. Ja, das ist aber eben auch, das kann eine Reise sein, das ist aber auch die Entwicklung. Und ich sehe da auch, dass die männliche und die weibliche Seite tatsächlich ein bisschen in die Entwicklung kommen müssen. Dein Gegenüber hat sehr viel Kopfkino, ist tatsächlich energetisch ein bisschen gebeutelt. Also, ich spüre wirklich seine, ähm, ja, ist so ein bisschen ausgepowert wieder gerade. Das ist aber eine aktuelle Nummer gerade, also eine aktuelle Situation. Er hat sich schon wieder ein bisschen gefangen, aber jetzt ist wohl vielleicht irgendwas geschehen, was ihm so wieder so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat, was aber jetzt nicht negativ zu deuten ist, weil, ähm, er ihm dadurch einiges klar geworden ist. Also, das, das habe ich tatsächlich häufig auch in meinen privaten Legungen jetzt gehabt, dass da, das, das liegt an den, ähm, an den, an den Energien, die gerade wirklich, also an den, an den Kollektivenergien, die da, äh, auf uns einwirken. Ne, also das ist nicht nur für jeden Einzelnen ein Thema, sondern auch global sozusagen, also auf der gesamten Erde. Und, ähm, ja, interessant, wir gucken weiter. Das Haus, ja, er möchte auf jeden Fall ankommen. Er hat die Schnauze voll, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, er hat die Nase voll von dieser Unruhe, dem Chaos in seinem Leben und dass er nicht das tun kann, was er sich wünscht, was er will, was er im Herzen trägt, was er, er sehnt. Er ist, am liebsten würde er abhauen. Das nehme ich gerade wahr. Das steht hier nicht auf der Karte, aber es, das ist das, was ich spüre. Er möchte ankommen, endlich er selbst sein. Und ich glaube, ähm, weil ich ja gesagt habe, ihr spiegelt euch, das ist ja auch jetzt ein bisschen deine, äh, Kartenlegung hier, weil ihr euch ja spiegelt, ne, also jetzt nicht eins zu eins, aber ihr wisst, wie ich das meine. Und ich habe das Gefühl auch bei dir, dass du auch so ein bisschen am liebsten gerade ausbrechen möchtest, aus dem Alltag. Ähm, und hatte ich nicht am Anfang gesagt, hier fünfe gerade sein lassen? Ja, genau. Das ist genau diese Energie gerade, die, ähm, fließt und die auch jetzt im Neumond, beim Neumond oder zum Neumond hin nochmal ganz, ganz deutlich verstärkt wird, beziehungsweise, ähm, ja, also wo da die Energien fließen, wo ihr wirklich merkt und spürt innerlich, okay, da ist einiges in Aufruhr, da stabilisiert sich etwas, da strukturiert sich was um, da ist irgendwas noch nicht okay, also so, ne, man weiß ja nicht mal genau häufig, was los ist. Das merkt man häufig auch erst hinterher. Aber, ähm, also ungefähr, ne, so nehme ich das auf jeden Fall wahr, dass da bei dir auch, ähm, ja, gerade so ein bisschen Unmut vielleicht ist und, ja, du am liebsten weglaufen möchtest. Es geht aber auch ganz viel eben darum, Stabilität in sich zu finden und das im Außen auch oder vielleicht sucht dein Gegenüber und du vielleicht auch, vielleicht sucht ihr immer die Stabilität und die Absicherung im Außen oder im Anderen und, oder auch in Anderen. Es muss nicht immer nur das Gegenüber sein. Es kann sein, dass du in allen deinen Beziehungen, zu Freundinnen, Freundinnen, zu deiner Familie und zu wem auch immer, ähm, dass du da Stabilität suchst. Aber, wie ihr wisst, man kann oder wir können das alles nur erstmal in uns erzeugen und es ist wichtig, das in uns zu finden und dann können wir das auch im Außen annehmen. Aber man kann sich nicht über andere definieren, also das geht natürlich eine Zeit lang, aber dann suchst und definierst du immer weiter und, ähm, kommst nirgendwo an. Und das ist eben das Problem und du möchtest auch bei dir selbst ankommen. Und dein Gegenüber neigt, glaube ich, auch dazu, sich manchmal zu verlieren und, ähm, Umwege zu gehen, vielleicht, ähm, sein Ego zu sehr in den Vordergrund zu bringen und das Wesentliche eben zu übersehen oder zu überhören, zu vergessen, zu verdrängen. Na, das kann möglich sein. Na, jetzt gucken wir mal weiter. Weil wir haben ja noch ein paar Karten. Ich nehme mal alle drei, die war ja umgedreht. Nehme mal alle drei und dreh sie nach und nach oben. Oh, da bist du, sehr schön. Die umgedrehte, oh, das Karma und wieder die Würfel. Ich drehe mal die Karma-Karte um, also das Kreuz, ja. Entschuldigung, mich verschluckt. Ja, ihr habt also offensichtlich eine karmische Thematik gerade zwischen euch. Ihr seid karmische Seelenpartner, ähm, und dürft euch aus, ne, hier ist auch wieder diese Dreiecksgeschichte zu sehen, dürft euch aus alten, ähm, Formen, Formaten lösen, also alten Formationen, alles, was alte Konstruktionen um euch herum sind, die euch nicht mehr gut tun, ja. Wohl bemerkt. Das heißt nicht, dass man sich jetzt aus allem plötzlich lösen muss. Nein, 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 ähm, aus alten Denkweisen, aus alten Strukturen im Innern darfst du dich lösen und dann löst sich das von selbst im Außen, ne. Ähm, genau. Und dein Gegenüber ist dein Traummann, du bist seine Traumfrau, ja. Ihr seid Traummenschen füreinander, Traumpartner. Und, ja, aber da ist irgendwas blockiert, ne, weil das Kreuz war verkehrt rum. Da ist irgendetwas gerade blockiert. Also ein bisschen habt ihr auch schon verstanden und bearbeitet, ähm, weil ihr kennt euch wahrscheinlich schon länger, so wie das hier aussieht. Also jetzt nicht nur, weil ihr Seelenpartner seid, also ich meinte, in diesem Leben kennt ihr euch auch schon länger wahrscheinlich. Ähm, und, aber irgendwo ist da noch eine Blockade. Und das wird hier genau das sein, was ich hier wahrgenommen habe. Dass er immer das im Außen sucht, du vielleicht auch. Und dass ihr jetzt einfach mal das Risiko eingehen müsst, um ihr selbst zu sein, ähm, ich lasse mal gerade liegen jetzt, um euch wirklich zueinander zu bekennen und auf euch einen Schritt zuzugehen. Ja, das ist irgendwie schwierig. Ich glaube, er ist da ein bisschen mehr noch im Rückzug als du. Du bist da schon sehr viel weiter. Ja, wir gucken mal jetzt in den Kopfbereich. Und, ähm, ja, in eure Kopfbereiche erstmal. Ach, du hast den hohen Priester. Ja, den hohen Priester, meine ich. Und, uh, dein Gegenüber hat die Königin der Schwerter. Ja, das ist natürlich, hm, hat er nicht nur, ähm, eine männliche blockierte Energie eben, sondern auch eine weibliche blockierte Energie. Also das ist natürlich ganz, äh, blöd, wollte ich schon sagen. Also das ist nicht ideal. Aber vielleicht sieht er in dir auch manchmal eine Krawallnudel. Also das klingt jetzt ein bisschen fies, aber, ähm, es gibt häufig, ähm, männliche Wesen oder, ähm, die männlichen Seiten in einem Menschen, die dann mit der weiblichen Seite einfach nicht umgehen können, ne? Die dann immer gleich die Emotionen ablehnen, weil sie eben Emotionen sind. Und er ist da schon sehr verkopft, ne? Er hat absolut, äh, die Verbindung zu seinem Herzen gerade verloren. Er macht sich total dicht, obwohl er hier weiß, okay, er will eine Beziehung, er will sich melden, er will Stabilität. Und du bist seine Traumpartnerin, seine Traumfrau, die auch sowieso, ähm, Seelenpartnerin ist. Aber er ist da absolut blockiert. Und hier seht ihr ja auch drei Personen drauf. Also zwei Frauen, ein Mann. Das kann schon sein, dass da eben immer noch eine Frau mit reinspielt und manipuliert, ne? Das ist eben auch die Königin der Schwerter. Und du hast den Hohepriester. Du bist, ähm, das ist ja eine extrem gute Karte einerseits, aber andererseits auch, ähm, ja, eine schwierige Karte, weil, ähm, das hat auch ganz viel mit dem, der Sichtweise natürlich zu tun. Das hat auch was mit dem Saturn zu tun, also mit dem Steinbock. Und darum, es geht darum, dass du jemanden in deinem Leben brauchst, und das war genau das, was ich meinte eben mit dem, die Stabilität im Anderen suchen, dass du vielleicht jemanden brauchst, der dir den Weg zeigt. Das ist ja nichts Schlechtes. Überhaupt nicht. Wir wollen das nicht be- oder verurteilen. Aber es ist vielleicht jetzt an der Zeit, dir selbst zu vertrauen. In deine Herzenergie zu gehen, ne? Das ist nämlich hier der Hexa-Eder, das ist die Herzenergie. Ne, Quatsch, der Okta-Eder ist das, Entschuldigung. Genau, die Herzenergie. Und da geht es darum, ja, dein Selbstbewusstsein etwas aufzubauen in die Selbstliebe zu gehen und ins Vertrauen auf das Universum zu gehen. Das ist aber auch dein, ja, dein irdischer Vater, der hier ein bisschen, ich muss gerade mal überlegen, ja, das ist dein irdischer Vater und das hat eben ganz viel auch hier, das spiegelt sich. Vielleicht hast du ein Problem, eine Blockade auch in der Männlichkeit oder was Männlichkeit, was Durchsetzungsvermögen, also dieses Brachiale, was Männer manchmal oder die männliche Energie manchmal so mit sich bringt. Damit hast du vielleicht ein Thema und ein Problem, ja? Na, jetzt schauen wir mal in deinen Herzbereich, das wird ja spannend. Jetzt, ich drehe sie einfach alle drei um, weil wir brauchen sonst zu lange. Und, ah ja, okay, guckt mal hier, na, das passt ja wieder wie, hört alle weg, Arsch auf Eimer, Entschuldigung. Der Rückzug, du bist vielleicht aktuell ein bisschen im Rückzug und das ist aber auch okay. Geh ein bisschen in dich, betreibe Innenschau und heile energetisch selbst, ja? Dann haben wir hier das Arbeitstier. Das war das auch, was ich vorhin meinte. Man muss nicht immer nur an sich arbeiten, arbeiten, arbeiten. Man darf auch mal die Füße und die Seele baumeln lassen. Das ist genauso viel Arbeit und genauso wichtig. Denn dafür sind wir auch Menschen, ja? Wir sind keine Arbeitstiere, also auch Tiere sind wundervolle Lebewesen, genauso wichtig. Wir sind, es geht nicht nur um Arbeit, das wollte ich sagen. Genau, es geht darum, auch mal die Seele, der Seele etwas Gutes zu tun, ja? Aber du bist schon sehr, ne, steht ja drauf, strebsam und sehr darauf erpicht, irgendwie, ja, dich gut weiterzuentwickeln. Du bist vielleicht aber auch nie mit dir selbst zufrieden. Das kann natürlich auch sein, ne? Das ist schwierig. Aber es ist auch eine Erfolgskarte, denn diese Karte, die bestätigt es auch, die drei der Stäbe, da geht es eben um den inneren Erfolg. Du musst jetzt schauen, was du tun kannst, um dich selbst zu lieben und Dinge zu tun, die dich erfreuen, die dir gut tun. Weil dann gehst du auch in den Erfolg automatisch, ne? Also, weil das ist hier der Solarplexus, ne? Der Tetraeder ist das. Und wenn du absolut bei dir bist, im Selbstvertrauen, dann fließen auch deine Erfolgsenergien, ne? Und das ist auch die Verbindung übrigens zur fünften Dimension. Das ist auch ganz wichtig. Darauf möchtest du dich jetzt ausrichten. Und das ist in deinem Herzbereich, ne? Und jetzt lese ich euch nochmal hier den Rückzug vor. Und, ähm, genau. Dann schauen wir weiter. Rückzug. Rückzug bedeutet Heilung. In dieser Phase wirst du aufgefordert, auf deine Themen zu schauen. Was spiegelt dir der andere durch seinen Rückzug? Ja, hallo? Schau auf dein verletztes inneres Kind. Du darfst die Situation loslassen und annehmen, was ist und wie es ist. Lass dein Gegenüber sein, wie er ist. Respektiere seine Entscheidung und fokussiere dich auf dich. Genau das haben wir eben gerade gesagt, ne? Affirmation. Jetzt schreibt es euch am besten auf. Dann später, ne? Könnt ihr nochmal zurückspulen. Ich lasse alle Erwartungen los und öffne mein Herz. Liebe und Vertrauen durchströmen mich. Das ist übrigens etwas ganz Wichtiges. Ich lasse alle Erwartungen los. Ja? Das ist etwas Wichtiges. Die Erwartung, nämlich, wenn du eine Erwartung hast, dann wartest du auf etwas. Und das wird meistens von ihm, also, ne? Nicht kommen, weil das ist ein Druck, der ausgeübt wird. Natürlich wünschst du dir Dinge, aber von ihm, von deinem Gegenüber oder von jemand anderem oder auch von dir Dinge zu erwarten, das macht keinen Sinn, weil dann wirst du meistens enttäuscht, weil das einer Täuschung vorausgeht. Versuche hier, die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind. Das ist schwer. Ja, aber du schaffst das. Wie gesagt, ich kann dich auch energetisch unterstützen dabei, weil das ist ein ganz schwieriges Thema. Da blockiert man ganz schnell wieder. Wenn so eine Situation kommt, da ist man ganz schnell getriggert mit irgendwas und zack, bumm, ist man wieder zu. Und das ist ganz schwierig, weil dann sagt der andere wieder was Blödes oder was, was dir nicht gefällt. Und dann sagst du wieder was, was deinem Gegenüber nicht. Und dann geht das Ganze von vorne los und dann kommt man nie auf einen Nenner zusammen. Deswegen Herz öffnen, Dinge so geschehen und sein lassen, wie sie sind. Und auch Verständnis und Empathie zeigen. Das ist ganz, ganz schwierig, aber wichtig. Ganz wichtig. Gerade jetzt für die fünfte Dimension. Das bedeutet nämlich Einheit und Fülle gleichzeitig. So, ich blende euch da nochmal meine Kontaktdaten ein und was ich so anbiete. Und meldet euch bitte, wenn das jetzt schon hier dein Thema ist. Also Themen sind zwischen dir und deinem Gegenüber. Und ich gucke gleich auch nochmal nach den Sternzeichen. Momentchen. Trinke nochmal ein Schlückchen Kaffee. Schlürfenderweise. Das muss sich ja nicht mal alles ändern, oder? Nein, Quatsch. Also genau. Und jetzt wollte ich nach den Sternzeichen schauen. Da sehe ich sehr viel Erde, also sehr viel Erdenergien. Das kann aber auch immer an den Energien liegen, die gerade jetzt im Umlauf sind. Also die durch den Steinbock jetzt. Ja, also dein, du, ja, ihr könntet beide auch. Also Erde ist ganz deutlich zu sehen, ob du das jetzt bist oder er, das kann ich nicht sehen. Genau, aber ich nehme auch sehr viel Wasserenergie wahr. Also Erde und Wasser. Das ist natürlich, das befruchtet sich natürlich sehr gut. Also das ist natürlich sensationell. Ja, das kann sein, dass hier Erde und Wasser, also dass du ein Wasserzeichen bist und er ein Erdzeichen. Das kann gut möglich sein. Oder andersrum. Oder dass da eben eine starke Betonung ist im Aszendenten oder im Mondzeichen oder eben. Seid nicht traurig, wenn euer Sternzeichen jetzt nicht dabei ist. Es kann sein, dass gerade über dein, also oder Element, also ich habe jetzt nur die Elemente genannt, dass über dein Geburtshoroskop gerade jetzt ganz viel Wasserenergie läuft, fließt. Das kann schon sein, dass es gerade, weil, und das ist dann so, dass es gerade jetzt für dich wichtig ist und für deinen Gegenüber sind dann die Erdenergien wichtig. Das ist möglich. So, jetzt gucken wir mal bei ihm hier in den Herzbereich. Da sind ja zwei von den Vipadia-Karten hier gefallen. Dann gucken wir mal. Zack. Oh ja, die Acht der Münzen. Er ist dabei, sich zu stabilisieren, sich auszurichten tatsächlich. Er geht schon hier in das, denkt an das rote Klangspiel. Hier ist der Hexaeder nämlich zu sehen. Das ist das Wurzelchakra, habe ich ja gesagt. Zack, ne, und er ist wirklich dabei und schmiedet Pläne, schmiedet sich seine Zukunft. Er baut sich seine Zukunft. Das ist, das ist auch eine Geduldskarte, ne. Man darf nicht jetzt denken, okay, es geht jetzt, zack. Also es kann sein, das kann auch immer sein, aber das ist schon so ein bisschen eine Geduldskarte. Aber das sind aber auch nur die Energien jetzt, ne. So, das kann sich alles schnell ändern. So, hoffen, dass alles gut wird. Ja, die Hoffnung hat er nicht aufgegeben, aber er ist gerade in einer blöden Situation irgendwie zu Hause, habe ich das Gefühl. Das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Aber hier steht auch wieder drauf, er zentriert sich, hält inne und zieht sich von äußeren Einflüssen zurück. Und das ist es eben. Wenn dein Gegenüber gerade eine Pause macht sozusagen und sich zurückgezogen hat, dann wundere dich nicht. Es kann sein, dass er wirklich gerade absolut müde ist vom Leben, steht hier und auch stressige Tage hat. Das ist nicht unmöglich. Ja, und jetzt kommt der Draufgänger. Das kann auch natürlich wieder eine Schutzmauer sein, die er sich dann aufbaut. Aber er möchte, glaube ich, wirklich ausbrechen. Ich glaube, jeder Draufgänger sagt dir, ich will ausbrechen aus seinem Konstrukt, was er sich hier gebaut hat. Vielleicht eben hat er eine Familie, hat er ein Haus und vielleicht hat er sich um Mutter und Vater zu kümmern oder um die Familie. Es kann sein, vielleicht ist er selber Vater und kümmert sich um die Familie, traut sich nicht von seiner Frau zu trennen, weil da unfassbar viel dran hängt. Oder die Frau auch, die Partnerin oder wie auch immer, wer das ist, kann natürlich auch Mann sein. Wenn er da absolut fies agiert gegen ihn, also mit Vorwürfen, Drohungen, sowas in der Art, das kann schon möglich sein. Also da gibt es ja Sachen, das glaubt man ja kaum, was da an Manipulation und Beeinflussung und auch an emotionaler Gewalt irgendwie, also damit einhergeht, das ist ja wirklich ganz dramatisch. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass es einfach schwierig für ihn ist wegen der Gütertrennung und das ist auch nicht einfach, das darf man nicht außer Acht lassen. Es ist, manche brauchen dafür Jahre, um sich zu lösen, Jahre, vielleicht manchmal sogar Jahrzehnte. Es ist wirklich, ja, ich will fast sagen verrückt, aber das muss dann wieder gerade gerückt werden in ihm, energetisch gesehen. So, und ich habe das Gefühl, ja, er ist jetzt gerade so ein bisschen im Ego, das ist so sein Überlebensmodus, den er gerade so hat. Und ja, geht dann so völlig steil, so ungefähr, aber braucht diese Energien für sich, um irgendwie zu überleben und dann ausbrechen zu können. Weil das hat er ja schon geplant. Es ist schon, also im Energiesystem zu sehen. So, und jetzt Vertrauen. Ja. Er vertraut dir auf jeden Fall, das ist deutlich wahrzunehmen und er muss auch wieder lernen, dem Universum zu vertrauen und sich selbst. Ich lese es euch mal vor. Vertraue deinem Lebensplan. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und wisse, dass Veränderung Zeit braucht. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist ein Prozess und eine Chance zur Entwicklung. Wisse, dass alles zur richtigen Zeit in dein Leben kommt. Blockiere dich nicht mit Erwartungen, wieder die Erwartungen, ne, wann und wie etwas geschehen soll. Vertraue dem Leben und dir selbst. Boah, das ist eine ganz starke Botschaft. Die könnt ihr euch auch mal, jetzt die Affirmation, aufschreiben. Das ist auch ganz wichtig für dich. Affirmation. Alles geschieht aus einem Grund. Ich vertraue mir und dem Leben. Das ist ja sensationell. Das ist wirklich ganz wichtig. Und essentiell für eure Verbindung. Und, ja, das heißt auch, dass es einen Ausweg gibt, ne. Das ist ganz wichtig zu wissen. So, meine Lieben, jetzt gucken wir nochmal in die Basisenergien. Und dann schaue ich auf deine ganz persönliche Botschaft für diesen Monat oder dieses Jahr, ne, deine Jahresbotschaft sozusagen oder die Neujahrsbotschaft sozusagen. Genau. Und jetzt gucken wir erstmal in die Basisenergien. Wie geht's weiter? Ah ja, die drei der Münzen hast du gezogen. Das ist tatsächlich auch eine Neuorientierung in dir. Es kann auch ein beruflicher Aufstieg sein, eine Neuorientierung im Beruflichen. Vielleicht ein Zweitjob, ein Nebenjob oder ein Hobby, was du schon lange mal ausführen oder durchführen wolltest, machen wolltest. Eine Weiterbildung, Fortbildung, Umstrukturierung im jetzigen Job. Ein Jobwechsel kann es auch bedeuten. Ja, auf jeden Fall. Oder eine Selbstständigkeit, ne. Auf jeden Fall etwas, was du dir wünschst, was du gerne verändern möchtest, das geht in die Veränderung. Das ist deine Kraft jetzt. Und dafür brauchst du hier Selbstbewusstsein. Da oben ist es das Selbstbewusstsein und Herzöffnung und Führung in dir selbst. Ganz, ganz wichtig. Wenn ich dich dabei unterstützen darf, du Liebe, meine lieben Zuhörenden und Zuschauenden, meldet euch bei mir. Du hast noch ein bisschen Angst, deine Visionen umzusetzen. Das nehme ich wahr. Vielleicht nicht bei allen Themen, aber in manchen. Und da bin ich ja gespannt, was hier in deinen Karten gleich noch zu lesen ist. Aber da, wenn ich dich unterstützen darf, melde dich bei mir. Wirklich. Ich blende es euch gleich nochmal ein. Aber jetzt machen wir erstmal hier nochmal die Karte weiter. Das ist nämlich, das ist die sieben der Stäbe. Und bei deinem Gegenüber. Und da geht es darum, ja, du siehst ja hier jemanden kämpfen mit Holzstäben. Er wird von anderen Holzstäben angegriffen. Und er versucht sich zu verteidigen. Ja, und das scheint sein Thema zu sein. Er ist immer in der Verteidigung. Aber eigentlich könnte er sich auch umdrehen und sagen, ach wisst ihr, was? Jetzt wollte ich gerade sagen, ihr könnt mich alle mal. Also sagt er. Aber das sage ich jetzt natürlich nicht, sondern ich habe jetzt keine Lust mehr darauf. Ihr macht euer Ding alleine. Ich mache jetzt mein Ding. Ich bin ich und ich habe das Recht, glücklich zu sein. Ich gehe jetzt meinen Weg und habe meinen Platz nämlich eigentlich schon gefunden. Und der ist bei dir. Hier. Liegt direkt neben dir. Ja, das müsste er eigentlich lernen. Dass er da die Stärke zeigt oder einfach den anderen, den Wind aus den Segeln nimmt, indem er sich deren Energien entzieht. Derer Energien. Also wisst ihr, wie ich das meine? Dass er einfach sagt, nee, ihr habt keine Macht mehr über mich. Wie aus dem Film Das Labyrinth, die Reise ins Labyrinth. Und sich einfach den Energien entziehen. Denn, weil dann ist das auch so, dann ist die Macht nämlich erloschen von den anderen. Das ist ja, das bedingt sich ja nämlich gegenseitig. Da herrscht ja nur diese Konkurrenz, dieser Kampf, wenn man das auch zulässt. Und auch das kann ich energetisch in Einklang bringen. So, meine Lieben, jetzt blende ich euch ganz kurz da nochmal meine Kontaktdaten ein. Und bitte, bitte meldet euch wirklich. Wenn das hier, wenn du nur mit einer Karte oder mit irgendeiner Aussage in Resonanz gehst, die ich hier getroffen habe oder die du hier siehst, melde dich bei mir. Dann ist das wirklich jetzt an der Zeit daran, endlich arbeiten zu dürfen, energetisch. Denn das neue Jahr bringt gute Energien mit. Und das ist wirklich energetisch sehr, sehr schön zu ordnen und eben energetisch zu heilen. Das ist wirklich, die Energien sind so stark momentan und potenzieren sich, wirbeln viel, viel auf. Das bleibt auch ein bisschen so, aber da ist ein ganz großes Potenzial von Liebe, Einheit, Vereinigung und Rückführung auch, Zusammenführung. Wenn das euer Thema ist, eure Karten sind, dann meldet euch bei mir. Ich blende es kurz ein. Ich trinke nochmal einen Schlückchen Kaffee. So, und jetzt schaue ich auf deine persönliche Botschaft. Ich bin sehr gespannt. Und, ähm, ja, dann ziehen wir eine Karte von Heike Bender, meine Lieben. Deine persönliche, komm, wir machen es mal. Ne, wir machen, wir drehen sie alle drei um. Oh, meine Lieben, also das ist ja supidupi. Also hier, passt auf, die zwei Stäbe. Das heißt natürlich, okay, du bist noch nicht ganz sicher. Das ist genau das, das könnte die Karte sein, die zu der Klangschale hat. Die könnt ihr gar nicht sehen jetzt. Passt, wo ich gesagt habe, ja, du hast Wünsche, aber bei manchen bist du dir irgendwie ganz unschlüssig. Genau das ist das. Dir liegt eigentlich die Welt zu Füßen, ja. Aber du weißt es nicht. Beziehungsweise du bist noch unschlüssig, was du tun sollst, fühlen sollst, welchen Weg du gehen sollst. Das darfst du jetzt genau in dir herausfinden. Und das wird jetzt deine Aufgabe sein. Setze dich ab und zu mal hin und fühle dich in manche Szenarien hinein. Was möchte sein, was kann sein, was wünschst du dir wirklich? Und gehe da auch mal auf dich ein, nicht nur auf das Außen. Gucke, wie du sein möchtest. Wie möchtest du dich fühlen? Wie möchtest du dich verhalten? Ja, so. Das ist genau das. Du hältst die Welt in deinen Händen. Schau. Du hast alles, was du brauchst. Richte die Energien. Fokussiere dich darauf, auf was du wirklich willst. Auch dabei kann ich dir gerne helfen. Energetisch. So, und jetzt hier. Die Transformation. Ist das sensationell? Ja, und das heißt auch, dass du transformierst dich natürlich selbst. Das ist nicht immer leicht, aber versuche es mal zuzulassen. Ich lese es euch mal vor. Der Prozess beginnt, äh Quatsch. Der Prozess bringt euch immer wieder auf neue Bewusstseinsstufen. Und das ist es. Die Bewusstseinsstufen wollen sich erhöhen. Das ist genau das, was ich meinte mit den Energien, die ansteigen und so weiter. Immer wenn du bereit bist, die Herausforderung anzunehmen, ja, hier, denke, fühle, entscheide dich, wird der Übergang, der Wandel angestoßen. Häufig geschieht etwas vollkommen unvorhergesehen, ein plötzlicher Rückzug, Trennung, Verlust, was eine Erkenntnis oder Erwachen hervorruft. Es geht vor allem um deine Selbsterkenntnis, Selbstheilung und Tiefenreinigung. Ja, Tiefenreinigung, ja, energetisch gemeint. Ganz wichtig. Die Verwandlung ist angestoßen. Transformation geschieht jetzt. Und Schatten der Vergangenheit lösen sich auf. Affirmation. Ich lasse Angst vor Veränderung los. Ja. Und was passiert, wenn du die Transformation zulässt? Das. Du wirst den Erfolg ernten. Hier steht noch, also Glamour, Statussymbol, das ist natürlich, Statussymbol, eine Rolle spielen, das ist natürlich das, was wir nicht wollen, das ist klar. Aber ich sehe da auch ganz klar, dass du, dass du das vielleicht jetzt, dass du dein wahres Selbst noch verbirgst, ja. Aber eben durch die Transformation holst du deine gesamte Schönheit und sowieso, das ist, Schönheit ist jetzt nicht von außen nur gemeint, sondern deine innere Schönheit heraus, deine Selbstliebe, die Liebe zu allen anderen Wesen und ja, transformierst dich so sehr, dass du das auch in die Welt trägst, also die Liebe in die Welt trägst und für alle, ich will nicht sagen, ich habe gerade die falschen Worte im Kopf, nicht, du wirst nicht ein besserer Mensch, das ist, sondern du wirst die beste Version deines Selbst, ja. Und du siehst auch das Beste in den anderen, das ist das, was ich sagen wollte. Du siehst das Gute in anderen Menschen, in anderen Wesen und kannst Oberflächlichkeit ablegen, ja. Das ist genau der Weg, die Transformation in die fünfte Dimension, ja. Und das ist etwas wirklich Wichtiges jetzt in nächster Zeit. Ach, meine Lieben, das ist ja sensationell. Ich bin happy und hoffe, ihr auch. Meine Lieben, ich würde sagen, ich räume jetzt den Tisch ab und dann ziehen wir eine Karte von Heike Bender und ich blende euch da jetzt doch nochmal kurz meine allgemeinen Infos ein, beziehungsweise die Kontaktdaten und melde dich bitte bei mir, wirklich. Ich denke, es wäre sehr, sehr hilfreich energetisch für dich, für deinen Weg. So, dann räume ich mal ab und genau. Meine Lieben, ach ist das schön, ja. Das ist doch mal wirklich eine sehr kraftvolle Legung jetzt, ne. Oder was meint ihr? Das ist doch schon ziemlich sensationell, oder? Also, ich bin begeistert, muss ich sagen. Und, ja, also das ist natürlich auch nicht immer alles so einfach dann zu verstehen und damit umzugehen, ne. Aber, wenn man sich wirklich mal hineinfühlt in den anderen oder in Andere, dann, ja, wird einem schon auch vieles über sich selbst bewusst, ne. Also, das ist, finde ich, ganz wichtig. So, meine Lieben. Die junge Liebe war es zum Ende des Jahres. Da bin ich gespannt. Guckt mal hier die Kleeblätter. Da bin ich gespannt, was jetzt für eine Botschaft kommt und welche Energien für das Kollektiv, im Kollektiv jetzt für uns fließen, was uns die göttliche, geistige Welt wieder an Energien zur Seite stellt, bereitstellt, wie sie uns unterstützt und beschützt und energetisch natürlich und, ja, da bin ich hier gespannt, was da wieder sein darf. Auch, das ist immer so eine wundervolle Zeremonie und ich freue mich schon darauf, jetzt das rote Klangspiel zu spielen und dann für euch die Botschaft zu performen, wollte ich gerade sagen, nein, vorzulesen, vorzutragen. So, jetzt schauen wir mal. Performen wäre auch mal schön, oder? Ein bisschen Spaß muss sein, ne, meine Lieben? So. Ja, ihr macht sehr gut mit. Ich werde jetzt eure Energien kanalisieren und dann die Botschaft für uns hier filtern, beziehungsweise die Energien filtern und die Botschaft, ja, die ist es, herauskristallisieren, die ist es, die Karte. Hatte sich ein bisschen versteckt, da bin ich gespannt, was da jetzt zum Beginn des Jahres an Energien für uns fließt. Ich dreh sie um, ich kann es nicht mehr erwarten, meine Lieben, los geht's. Nicht zu glauben, sei erfolgreich. Was habe ich die ganze Zeit gesagt, ne? Es geht auch wirklich um Erfolg. Jetzt kommt, sei erfolgreich. Also, meine Lieben, ihr seht, es passt alles wundervoll zusammen, es matcht, es harmoniert und das sind die Energien, die sich verfestigen wollen. Meine Lieben, das ist sensationell. Wow, ich bin wirklich etwas sprachlos und das immer noch nach so langen Jahrzehnten der energetischen Arbeit. Also wirklich, ich bin froh, glücklich und ja, freue mich für euch auch, dass, ich lege jetzt hier mal die Herzchen drauf und die Kleeblätter. Ach, süß, guckt mal so. Jetzt gucken wir mal, was war da jetzt noch schön. Hier leuchten sie, ne? Ja, machen wir es mal so, könnt ihr besser sehen. Was war da jetzt noch schönes hinstellen? Ja, ich glaube, wir nehmen die schöne, ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Ja, das sieht gut aus. Die schöne Wunschblume. Hier den, den Kristall mit dem Engel. Die Kerze mit den schönen Tieren. Und noch ein bisschen Lametta. So. Das sieht doch ganz schön aus, meine Lieben, oder? Dann entspannt euch jetzt mal. Ich suche die Botschaft heraus. Das kann sich nur um Stunden handeln, ihr wisst Bescheid. Und dann hört ihr das wundervolle Klangspiel mit der zauberhaften Botschaft der göttlichen, geistigen Welt. Sei erfolgreich. Das ist wundervoll. Wo haben wir es? Sei erfolgreich. Du bist es ja bereits. Du bist erfolgreich. Ja, du. Du willst erfolgreich sein? Ja, dann sei es. Ja, dann sei es. Du bist erfolgreich. Ja, du. Folge dem Plan, der für mich vorgesehen ist. Sei erfolgreich und folge dir und deinem göttlichen Seelenplan. Die Quatrin admiten, dir uns, Gott sei es. Ja. Du bist, Gott sei es. Meine Lieben, ich bin, wie gesagt, immer wieder erstaunt, wie sehr die Energien wirklich passen, die wir hier legen und wahrnehmen und wie alles zueinander führt, alles stimmig ist in Harmonie. Ja, sei erfolgreich. Wenn du erfolgreich sein willst, sei es. Du bist erfolgreich. Folge deinem Seelenplan. Ach, es ist wundervoll. Also ja, das sind wirklich auch die Energien, die ich wahrnehme. Ich habe es euch vorher erzählt und der Neumond, der wird da auch nochmal eine große Rolle spielen. Die Energien sind gerade genau auf Erfolg ausgerichtet. Erfolg in der Liebe, also auf allen Ebenen. Der Liebe, Beruf, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Transformation, Karma, alles, überall. Ja, auf jeder Ebene. Und das ist wirklich wunderbar. Ich bin wirklich sehr, sehr berührt und froh und dankbar für diese Energien. Und wie gesagt, darf ich euch unterstützen, melde dich bei mir. Ich nehme euch jetzt mit zu meiner Hangdram und werde genau diese Energien jetzt fließen lassen und in euch verankern, euer Herz schützen und öffnen und eure Energien natürlich schützen. Und ja, ich verabschiede mich am Ende nochmal. Lasst die Energien der Hangdram jetzt in euch hineinfließen, um euch herum, durch euch, hindurch und schwebt, schwimmt, badet in den Energien. Nehmt sie auf und tragt sie hinaus in die Welt. Ja? Okay, meine Lieben. Ach, ich habe euch so lieb. Also, ich verabschiede mich gleich am Ende und nehme euch jetzt mit zu meiner Hangdram, ja? Los geht's. So, ich bin bei meiner Hangdram angekommen. Ich bin gerade mit dem Mikro ein bisschen vorgegengekommen, es tut mir leid. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Ich werde jetzt für euch spielen. Genießt es! Ich werde jetzt für euch spielen. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.